Ich möchte dieses Thema behandeln aus wissenschaftlicher, esoterischer und biblischer Sicht. Ist Ihnen eigentlich schon mal diese Thematik Wünschelrute, Wasseradern oder Erdstrahlen, Pendeln schon einmal persönlich begegnet? Ja, also ich sehe doch einige Handzeichen. Es gibt eine Fülle von Literatur, Sie brauchen nur mal in eine Suchmaschine im Internet eingeben und Sie finden eine Fülle ganz, ganz unterschiedlicher Angebote. Eigentlich auch widersprüchliche Angebote. Vielleicht etwas zu mir persönlich, meine Erfahrungen zu diesem Thema. Ich wurde in Namibia zum Beispiel von einem Bauern eingeladen, ein Farmer, der ein riesiges Feld hat und ein ziemliches Wasserproblem. Er hat eine große Herde und er weiß nicht, wie er diese tränken sollte. Wir sind also dann auf seinem Gelände gewesen und haben auch über dieses Thema diskutiert, weil gerade in Afrika es an der Tagesordnung ist, mit der Wünschelrute nach Wasser zu suchen, weil eine geologische Bohrung sehr viel Geld kostet und ein Wünschelrutengänger ist natürlich wesentlich günstiger. Wir haben darüber gesprochen. Ich habe ihm einige Vorschläge gemacht. Leider habe ich in der Zwischenzeit jetzt nicht mehr gesprochen, aber die Wassersuche ist weltweit eigentlich ein ziemliches Problem, weshalb die Menschen eben auch zur Wünschelrute greifen oder eben auch zum Pendeln. Ich selbst habe vor meiner Bekehrung auch selber gependelt und das machen auch viele unserer Zeitgenossen heute, um einfach Lebensfragen zu beantworten. Sie wollen wissen, welchen Partner soll ich heiraten oder welchen Beruf soll ich ergreifen. Und deswegen machen sie dann auch Erfahrungen mit dem Pendeln und versuchen Antworten zu finden, sozusagen aus dem Jenseits für ihr Schicksal. Oder meine andere Erfahrung ist, dass in unserem Bekanntenkreis Menschen an Krebs erkranken. Und die kommen dann auf mich zu und sagen, ja wir haben den Wünschelrutengänger geholt, um unser Bett umzustellen und nachweislich ist es seither besser. Seit wir also sozusagen das Bett umgestellt haben und den richtigen Platz gefunden haben, ist es so, dass also hier eine Besserung eingetreten ist. Vielleicht haben Sie auch schon von Feng Shui gehört. Es sind also Prinzipien der besonderen Gestaltung von Wohn- und Lebensräumen. Und zugrunde liegen eben auch die Vorstellungen, dass es gute und schlechte Bereiche gibt und dann entsprechend Möbel so verstellt werden im Raum oder im Haus oder auch im Gelände, die dann eine Harmonisierung des Menschen mit seiner Umgebung herstellen soll. Und schlussendlich werde ich auch als Geologe gefragt, bekomme einen Anruf, ob ich nicht mit der Wünschelrute nach einer Quelle suchen kann für einen Bauern oder entsprechend unterwegs bin bei Erstellung geologischer Gutachten. Also die Wünschelrute als solches ist schon lange dem Menschen bekannt, vor allem Bergleute, die nach Bodenschätzen suchen, haben mit der Wünschelrute nicht nur Wasser, sondern eben auch Erze gesucht, eigentlich bis zum heutigen Tag. Dessen ungeachtet wird in unserer heutigen aufgeklärten Zeit mit übersinnlichen Phänomenen an öffentlichen Hochschulen grundsätzlich so umgegangen, dass sie als unwissenschaftlich gelten. Also in öffentlichen Ausbildungsstätten ist eigentlich so von den Parawissenschaften wenig zu sehen. Aber ich bin auf Spiegel Online auf diese Nachricht gestoßen, wo es heißt, Esoterik an der Fachhochschule wünschelt dir was. Angehende Landschaftsarchitekten lernen an der Hochschule Wein-Stefan-Triesdorf den Umgang mit der Wünschelrute und Raumplanung nach fernöstlicher G-Energie. Kritiker sind entsetzt über das Esoterik-Seminar. Die Hochschule aber meint, wo ein Markt ist, da muss auch ein Angebot her. Und das an einer staatlichen Hochschule. Also die Zeiten haben sich auch an dieser Stelle geändert. Ich habe das Thema in sechs Fragen untergliedert, die ich jetzt heute Abend mit Ihnen durchgehen möchte. Zunächst mal die erste Frage, was ist eigentlich eine Wünschelrute? Und was sagen die Wünschelroutengänger, die also die Wünschelrute benutzen dazu? Und was sagen die Wissenschaftler als dritte Frage? Und wir bewegen uns natürlich in diesem Fragenkomplex auch im Bereich der sogenannten Metaphysik. Deswegen möchte ich auch erklären, was ist die sogenannte Metaphysik über das, was das experimentelle Experiment oder den Versuch hinausgeht. Was ist die Metaphysik? Dann die fünfte Frage, was sagt die Bibel dazu? Und die sechste und letzte Frage, wie können wir Wasser finden? Da geht es mir dabei, dass ich Ihnen sage als Geologe, wie ich selber mit dieser Frage auch persönlich umgehe. Kommen wir also zu dieser ersten Frage, was ist eine Wünschelrute? Die Wünschelrute ist eigentlich ein gegabeltes Instrument aus Holz oder Metall. Die Wünschelrutengänger haben da unterschiedliche Gerätschaften. Manche nehmen einen frischen Gabelzweig von einem Baum, andere bevorzugen ein Metall oder sie kräuseln das oder zu einer Schleife, wie hier dargestellt. Und in der Hand des Wünschelrutengängers soll man also jetzt diese Wasseradern oder Erdstrahlen, Metalle, Gegenstände im Erdreich finden, weil die Wünschelrute in der Hand des Wünschelrutengängers darauf reagiert. Und sie wird auch eingesetzt, um Störquellen für Erkrankungen oder auch Verkehrsunfälle zu finden oder sogar Verbrechen aufzuklären. Das lässt sich alles auch in der Literatur entsprechend belegen. Das jüngste Beispiel möchte ich hier kurz vorstellen, was auch in den New York Times berichtet wurde, nämlich ein Gerät mit einer Antenne, was Sie hier sehen, das wurde im Irak zum Aufspüren von Sprengstoff und von Drogen eingesetzt. Und diese moderne Wünschelrute im technischen Design soll also durch elektrostatische Ionenanziehung funktionieren. Und bis vor kurzem wurde dieses Gerät im Irak tausendfach eingesetzt, um nach Sprengstoff zu suchen. Und dieses Gerät hatte einen Stückpreis von 40.000 US-Dollar. Und es wurde dann also auch von der Armee gekauft. Das israelische Militär hatte schon 2008 diese moderne Wünschelruten als Betrug entlarvt. 2009 wies dann die US-Armee die absolute Wirkungslosigkeit nach. Und im Mai dieses Jahres wurde nun der Geschäftsführer der Firma James McCormick wegen Betrugs zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Insgesamt hatte er 60 Millionen Euro mit dem Verkauf dieses nutzlosen Sprengstoffdetektors verdient. Das Tragische an dieser ganzen Sache ist, dass viele Menschen im Irak umgekommen sind, weil man diese Sprengstoffanschläge eben nicht entdeckt hatte. Das Gerät war sozusagen ein Fake. Der Name kommt aus dem althochdeutschen Wunscheligerta und ist ein zusammengesetztes Wort, was bedeutet Wunsch. Der Name steckt da offensichtlich drin. Glück und Heil, Stab oder Gerte. Und auch nach Jakob Grimm, die Brüder Grimm sind, denke ich, allseits bekannt durch die Märchen, ist also diese Wunscheligerta die Gerte, durch deren Besitz man alles irdischen Heils teilhaftig wird. Dieser Stab mit Wunder oder Zauberkraft soll seinem Besitzer als besondere Macht dienen. Gibt also dem, der diese Wünschelrute hat, eine besondere Macht. Ich sagte schon, das Ganze geht sehr weit zurück. 2200 vor Christus besagte ein kaiserliches Edikt in China, dass kein Haus gebaut werden dürfe, bevor die Erdwahrsager, darunter sind also Rupengänger und Pendler zu verstehen, nicht bestätigt hätten, dass die Baustelle frei von Erddämonen, also Erdstrahlen sei. Also das ist das, was wir aus der Literatur finden, um ein Verständnis zu bekommen, was eine Wünschelrute ist. Kommen wir zu der zweiten Frage. Was sagen die Rupengänger? Es gibt eine ganze Menge an Literatur darüber, es gibt auch Internetseiten, ich komme darauf noch zu sprechen. Und ein bemerkenswertes Zitat habe ich hier gefunden, wo es heißt, die Wünschelrute ist kein Messinstrument. Wäre es anders, könnte man die Wünschelrute an einem fahrbaren Gestell befestigen, über eine Strecke von A nach B bewegen und die Rute würde zum Beispiel bei einer Wasserader ausschlagen. Also kann die Reaktion nur aus dem menschlichen Körper heraus bewirkt werden, durch Bewegung, durch Reflexe, in Hand und Unterarmen. Hat der Rupengänger seine Wünschelrute in der Hand, so setzt er auch die sogenannte außersinnliche Wahrnehmungsfähigkeit ein, eine Begabung, die in jedem Menschen genauso veranlagt ist, wie die Fähigkeit zu schreiben oder zu lesen. Diese Begabung auszubilden, bedarf es allerdings einer vorzüglichen Ausbildung. So nachzulesen auf dem Forum der Routengänger. Und wenn wir jetzt mal auf diese Internetseite gehen, dann sind Sie dort herzlich willkommen. Und hier haben Sie zum Beispiel ein Angebot einer Schlafplatzuntersuchung für 195 Euro und können damit einen Wünschelroutengänger beauftragen. Oder Sie gehen auf diese Rubrik Service und Angebote und finden hier also mehrere Fragen. Mit der Überschrift dürfen wir helfen. Möchten Sie wieder ausgeruht aufwachen? Möchten Sie wieder einen freien Kopf haben? Möchten Sie wieder lebensfroher sein? Möchten Sie Ihrem Körper die Regeneration bieten, die er braucht? Ich denke, jeder von uns hat die ein oder andere Frage an dieser Stelle. Und wenn wir hier weiterlesen, dann heißt es, sollten bereits Krankheiten bzw. Beschwerden vorliegen, wie beispielsweise Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Rückenleiden, um nur ein paar der häufigsten zu nennen. Prüfen wir ebenfalls mit Ihnen gemeinsam, ob das Bett in eine andere freie Zone gestellt werden kann. Und weiterlesen wir, bei chronischen Krankheiten wie Rheuma oder akuten schweren Krankheiten wie Krebs können wir selbstverständlich nicht garantieren, dass die Krankheit ganz verschwindet. Das können wir grundsätzlich nicht, wir sind keine Wunderheiler. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass diese Krankheiten nach Umstellung des Bettes wesentlich gemildert wurden und die Symptome wesentlich seltener und weniger stark auftragen. Nicht nur die Menschen, sondern auch Tiere und Pflanzen sollen also auf Erdstrahlen und Wasseradern reagieren, wie dieser Apfelbaum zum Beispiel zeigen soll als Strahlenflüchter. Hier heißt es, die Strahlung oder Energie wird vermutlich durch die Reibung des Wassers in den Gesteinen hervorgerufen. Welche Energie das ist, kann man leider physikalisch exakt nicht sagen. Es gibt eine ganze Fülle von entsprechenden Internetseiten. Auch zu dem Thema Erdstrahlen. Da möchte ich jetzt auch auf diese Radiästhesie hinweisen. Eine Lehre über die Wirkungen von Erdstrahlen auf Organismen, was ja eng mit dem Thema Wünschelrute zusammenhängt. Die Erdstrahlen und deren Auswirkungen sollen feinfühlige und strahlenempfindliche Menschen wahrnehmen können. Auf dieser Seite Geobiologie Online, ein Forschungskreis. Da geht es also darum, um gesundes Bauen oder gesundes Wohnen zu ermöglichen, gesundes Schlafen, Ausbildung von geobiologischen Beratern oder auch Routengänger zu vermitteln. Der Begriff Radiästhesie, der hat sich zwischenzeitlich auch an einigen Stellen eingebürgert, sodass auch immer mehr Menschen bis hin zu öffentlichen Auftraggebern doch auch den ein oder anderen Wünschelroutengänger beauftragen. Ich habe jetzt nur mal zitiert, was selbst die Routengänger sagen mit dieser zweiten Frage. Kommen wir zu der dritten Frage. Was sagen jetzt die Wissenschaftler? Speziell natürlich Physiker und Geowissenschaftler. Zu der Frage, gibt es Wasseradern? Zu dem Thema Wasser lernt jeder Schüler eigentlich diesen Wasserkreislauf und sie wissen, dass im Meer bei der Sonneneinstrahlung oder in einem großen See Wasser verdunstet und dieser Wasserdampf steigt in die Atmosphäre auf, er kühlt sich dort ab, das Wasser kondensiert, es bilden sich Wolken, die werden an die Gebirgskämme transportiert, dort wird dann Niederschlag generiert, wenn das Wasser durch die Wolken in Form von Schneehagel überwiegend Regen austritt und dieser Niederschlag kommt dann auf den Boden und versickert im Untergrund in Böden und Gesteinen und je nachdem welchen Boden, welches Gestein sie vorfinden, ist die Porosität entscheidend, ob das Grundwasser geleitet wird in sogenannten Aquifären, also hier in Grundwasserleitern oder wenn Sie zum Beispiel ein Tongestein haben, dann wird das Wasser gestaut, das sind also dann die sogenannten Grundwasserstauer. Und so unterscheiden wir also zwischen Grundwasserleiter einerseits und andererseits zwischen Grundwasserstauer und Sie sehen, durch das Grundwasser wird auch ein beträchtlicher Teil wieder zurück in die Meere geführt, also nicht nur durch die Quellen und Flüsse, sondern eben auch, wenn das Grundwasser direkt austritt in Seen und Meere. Zum Beispiel können Sie das auch beim Totenmeer beobachten, weshalb es da auch entsprechend zur Zeit diese Sinklöcher gibt, weil der Grundwasserspiegel sich dort absenkt. Wasser ist fast überall flächig und nicht etwa in Adern als Grundwasser anzutreffen. Wir finden also Flächen im Untergrund, Grundwasserleiter und Grundwasserstauer und das Grundwasser, wie gesagt, fließt in porösen Gesteinen, vornehmlich Sanden, Kiesen oder auch Sandsteinen, wie hier der Buntsandstein oder auch in Festgesteinen, wo es Klüfte gibt, läuft das Wasser an den Klüften herunter und durch Fugen und Spalten wird dann das Wasser in tiefere Stockwerke transportiert. So gesehen ist es aus wissenschaftlicher Sicht irreführend, von Wasseradern zu sprechen, weil der Laie unter einer Ader natürlich so etwas versteht, wie bei der Hand, wo quasi in ganz engem Raum das Wasser fließt. Die Frage, wie Erdstrahlen wissenschaftlich zu betrachten sind, da müssen wir uns mit physikalischen Grundprinzipien ein bisschen auseinandersetzen. Dazu habe ich ein Zitat von Prof. Dr. Manfred Joswig aus Stuttgart. Er sagt, dem Laien mag es scheinen, als gäbe es in der Physik eine unübersehbare Vielfalt von Kräften, Effekten und Feldern, sodass es auf eines oder mehr oder weniger nicht ankommt. Das Gegenteil ist richtig, sagt er. In unserem unmittelbaren Erfahrungsbereich spielt neben der Schwerkraft nur die elektromagnetische Kraft eine Rolle. Sie vermittelt alle Einflüsse, die ein Körper auf einen anderen ausübt, vom grob mechanischen Zusammenstoß bis hin zu chemischen Reaktionen. Da bleibt kein Platz für zusätzliche Kräfte oder Felder. Ein Geophysiker beschäftigt sich natürlich mit der Experimentalphysik. Ich komme da noch darauf zu sprechen. Es gibt ja auch die theoretische Physik, die Quantenphysik. Aber aus der experimentalen Physik muss ich natürlich zu so einem Schluss kommen, dass ich sage, es gibt eben die Schwerkraft und die elektromagnetische Kraft. Was natürlich wichtig ist in den Naturwissenschaften, speziell in der Physik, ist die Reproduzierbarkeit von Experimenten oder Versuchen. Das ist das, was auch der Schüler in der Schule lernt. Der Lehrer baut einen Versuch auf, im Physikunterricht, im Chemieunterricht, und jetzt soll der Schüler anhand dieses Versuches etwas lernen. Was meinen Sie, was der Schüler dabei lernen soll? Ob es funktioniert, ob ein Naturgesetz hinter dieser Beobachtung steht und dann wird in der Klassenarbeit abgefragt, welches Naturgesetz für welchen Versuch zutrifft. Wir sprechen also hier von den Erfahrungswissenschaften, von den sogenannten empirischen Wissenschaften. Und das kann natürlich unter gleichen Voraussetzungen immer wiederholt werden. Zeugen können also diese Versuche prüfen. Und es wurden jetzt verschiedene Versuchsreihen gemacht, auch mit der Wünschelrute, um zuverlässige Reaktionen zu sehen und unter gleichen Bedingungen nachzuvollziehen. Und das ist ganz wichtig in der Wissenschaft, um ein Naturgesetz zu bestätigen, dass Experimente reproduzierbar sind. Also es kommt auf die Reproduzierbarkeit der wissenschaftlichen Versuche an und nicht auf die Erfolge durch den Mittler oder das Medium, den Wünschelruten-Gänger. Man hat also, ich sagte es schon, entsprechende Versuche durchgeführt. Auch entsprechende Preise ausgelobt. Und bei wissenschaftlichen Versuchen ist auch die Trefferwahrscheinlichkeit ein wichtiges Kriterium dann zur Prüfung. Man hat also Wünschelruten-Gänger beispielsweise feststellen lassen, ob gerade durch ein Rohr Wasser fließt oder nicht. Und damit man sicher ist, dass der Wünschelruten-Gänger keinesfalls aufgrund anderer Informationen wissen kann, wann das der Fall ist, muss so ein Versuch, um wissenschaftlich, in empirischen Wissenschaft exakt zu arbeiten, doppelblind ausgeführt werden. Das heißt, keiner der unmittelbar am Experiment Beteiligten weiß über den Versuchsaufbau Bescheid. Und jetzt wurden dazu schon mehrere Wünschelruten-Gänger befragt und auch entsprechende Versuche durchgeführt. Und die Ergebnisse der Doppelblind-Studien sind eindeutig bis zum heutigen Tag. Alle weltweit doppelblind durchgeführten Versuche, die die verschiedensten Beobachtungen von der Wassersuche über das Finden von Gold bis hin zur Suche nach elektrischen Leitungen prüften, sind bisher negativ ausgegangen. Es beschäftigen sich auch auf dieser Seite dieser Frage. Auch andere hier ein Hinweis auf die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Es gab dann weitere wissenschaftliche Untersuchungen, wo sogar eine große Prämie ausgelobt wurde. Die James-Randy Foundation in Florida hat seit Jahren den Wachweis von paranormalen Phänomenen wie einer Ortung durch Wünschelrouten unter wissenschaftlich kontrollierten Bedingungen ausgesetzt in Höhe von einer Million US-Dollar. Und trotz zahlreicher Versuche konnte bislang noch kein Wünschelroutengänger die behaupteten radioästhetischen Fähigkeiten im kontrollierten Laborversuch vorführen. Die Prämie wartet bis heute noch auf die Auszahlung. Was sagen die Geowissenschaftler im Speziellen? Dazu gibt es auch schon sehr lange entsprechende Stellungnahmen. Zum Beispiel vom 23. März 1950 von der Direktorenkonferenz der geologischen Landesämter und auch anderer geowissenschaftlicher Institute und Ämter. Dort heißt es, die Geologie fast aller Kulturstaaten hat sich seit langen Jahren mit zahlreichen exakten Prüfungen der Wünschelroute des Pendels beschäftigt. Sie hat keine Gelegenheit unterlassen, Angaben von Wünschelroutengängern mit den tatsächlichen Verhältnissen des Untergrundes zu vergleichen. Das klare Ergebnis ist, dass ein Zusammenhang zwischen Wünschelrouten bzw. Pendelausschlag und Untergrund nicht erwiesen ja noch nicht einmal wahrscheinlich ist. Prof. Jooswig in Stuttgart bringt es in einem Satz auf den Punkt. Er sagt, die Störzonen, in denen Erdstrahlen entstehen, befinden sich nicht in der Erde, sondern im Kopf. Er sagt es natürlich jetzt von seiner Warte aus als Geophysiker noch mal von der Experimentalphysik. Denn häufig, wenn Sie das Thema Geobiologie aufrufen, wird über einen Elektrosmog gesprochen. Elektrosmog ist eine überhöhte Konzentration von elektromagnetischen Feldern, die wir auch experimentell messen können. Das heißt also, wenn Sie jetzt Ihr Handy länger am Ohr halten, dann wissen Sie natürlich, dass Sie auch mehr Strahlung, elektromagnetische Strahlung am Körper haben, als wenn Sie das weiter weghalten. Oder in der Nähe eines Sendemasses wohnen oder andere Dinge. Ich denke, das wird auch aktuell untersucht, auch im Hinblick auf gesundheitsschädliche Auswirkungen auf die belebte Natur. Allerdings muss man als Fazit bei dieser dritten Frage dennoch sagen, dass es in der Experimentalphysik kaum noch Spielraum für weitere völlig unbekannte Strahlungsarten gibt. Grundsätzlich ist es nicht auszuschließen, dass es das gibt. Klar, das kann kein Wissenschaftler. Aber mit dem Instrument, und es ist mir an dieser Stelle wichtig, der Experimentalphysik, kommen wir dem Phänomen der Wünschelrute nicht näher. Wir können es damit nicht beweisen oder dieser Sache habhaft werden, um es als wissenschaftliches Ergebnis im engeren Sinne zu formulieren. deswegen ist mir an dieser Stelle jetzt auch wichtig, dass diese für uns als Naturphysenschaftler beschriebene Welt relativ klein und beengt ist. Wir beobachten in der Natur Abläufe nicht nur das Schwerkraft Gesetz oder andere Gesetze in der Physik oder auch in der Chemie, Sondern wir haben auch spätestens seit Einstein 1915 1916 seine allgemeine Relativitätstheorie und 1927 Heisenberg seine unschärfe Relation vorgelegt hat die Diskussion um die Quantenphysik. Das heißt jeder Schüler in der Oberstufe der sich mit Physik auseinandersetzt der weiß ich kann das Licht das scheint physikalisch durch zwei Betrachtungsweisen beschreiben die Korpuskel die Teilchen oder die Wellentheorie aber der Aufenthaltsort eines Teilchens zum Beispiel auch beim Radioaktiven zerfallen das kann ich vorher nicht sagen ich weiß nur dass Teilchen nacheinander zerfallen an dieser Stelle diskutieren natürlich Physiker auch um den Bereich der theoretischen Physik und wenn sie sich mal mit der theoretischen Physik auseinandersetzen dann machen sie eine interessante Beobachtung dass da relativ schnell auch der Bereich der Weltanschauung eine nicht unerhebliche Rolle spielt und zwar im wahrsten Sinne des Wortes wie schaue ich die Welt an wenn ich jetzt noch weiter gehe und eine Frage stelle zum Beispiel was ist das Bewusstsein was würden sie darauf sagen was ist das Bewusstsein oder ihr Bewusstsein was ist Denken was ist Wollen was ist Handeln was ist Motivation dann kann man sagen das ist eine erlebbare Existenz ich will es vielleicht jetzt mal auf ein Beispiel bringen ich kann mit der Experimentalphysik Musik beschreiben und zwar nach den Frequenzen nach der Lautstärke aber wie die Musik auf sie wirkt was die Musik mit ihnen macht ob sie Freude Aggression oder anderes auslöst das hängt mit ihrer Psyche zusammen mit ihrem Geist mit ihren Gefühlen wie will ich jetzt Gefühle wie will ich Geist messen und deswegen denke ich und das nimmt auch jeder Mensch wahr gibt es außerhalb dieser für uns beschreibbaren Welt der experimentellen Physik auch eine Wirklichkeit und das soll jetzt eben diese blaue Ellipse darstellen in die ich nicht so einfach vordringen kann aber die genauso existent ist denn jeder von uns denkt jetzt im Moment einen Gedanken und keiner von uns kann hinter die Stirn des anderen sehen und wissen was er gerade denkt das heißt wir haben es auch mit Geisteswissenschaften zu tun wir haben es mit Religionswissenschaften zu tun mit Philosophie unsere Existenz unsere Wirklichkeit lässt sich nicht nur begrenzen auf eine kleine materialistisch erfassbare Welt und streng genommen wenn wir uns jetzt mit dem nächsten Thema auseinandersetzen nämlich mit Wissenschaftstheorie dann sehen wir dass auch unsere Erkenntnis die wir ja nur über unseren Verstand bekommen das heißt also auch mit unseren Sinnesorganen dass diese Erkenntnisfähigkeit des Menschen grundsätzlich begrenzt ist nämlich dass eben wir nicht alles wahrnehmen können wir brauchen Messgeräte zum Beispiel um Röntgenstrahlungen sichtbar zu machen obwohl sie existent sind sehen wir die nicht oder radioaktive Strahlung wir sehen vielleicht die Auswirkung und während der Renaissance vor allem im 17. Jahrhundert dann kam der Gedanke auf dass die göttliche Schöpfung als Konstruktion der himmlischen Weltmaschine der menschlichen Vernunft begreiflich sein müssen und das ist natürlich auch wichtig dass wir unsere Prägung verstehen in der westlichen Welt gehen sie nach Asien und sprechen über solche Phänomene und sie sehen einen Fakir auf einem Nagelbett sitzen oder andere Dinge einen Schlangenbeschwörer dann sind sie mit ihrer Experimentalphysik auch am Ende aber wir haben uns jetzt in unserem Wissenschaftsbetrieb auf den sogenannten methodischen Atheismus begrenzt und sagen dass die menschliche Vernunft alles begreifen müsse und alles erfassen kann das ist natürlich auch das Problem des Wissenschaftlers als solcher aber wichtig ist dass wir das dann wenigstens klar markieren wir verlassen jetzt sozusagen diesen Bereich der Experimentalphysik und bewegen uns im Bereich der Weltanschauung sprich der philosophischen Wissenschaften als Christ sehe ich zusätzlich eine Begrenzung wie würden Sie das sagen als Christen wo haben wir hier eine Begrenzung also ich verstehe mich als Christ als Geschöpf und deswegen bin ich natürlich auch immer dem Schöpfer untergeordnet und weiß der Schöpfer weiß mehr als ich als Geschöpf das ist eine Begrenzung und vom biblischen Befund weiß ich auch dass ich als Sünder noch zusätzlich begrenzt bin weil nicht nur mein ganzes Sein sondern auch vor allem mein Denken in dem in dem Sündenfall auch eine ich sag's mal vorsichtig eine Beschädigung erfahren hat also um wissenschaftlich redlich zu sein muss man sagen wissenschaftliche Erkenntnis des Menschen ist begrenzt wir können natürlich sehr viel erfassen und ich bin auch ein Vertreter für die Experimentalphysik aber ich verschließe meine Augen nicht dagegen dass es eben auch Geisteswissenschaften gibt philosophische Wissenschaften Religionswissenschaften und eine interessante Persönlichkeit finde ich Karl Friedrich von Weizsäcker weil er nämlich beides vereinbart hat in seiner Ausbildung in dem was er geschrieben hat Physiker und Philosoph zugleich und er sagt unsere Welt ist im tiefsten nicht materiell sondern geistig und hier geht es um eine ganz zentrale Frage nämlich die Frage der Urhebeschaft woher kommt die Information woher kommt die Komplexität des Lebens woher kommen Gedanken woher kommt überhaupt die Planung die wir hier in der Schöpfung sehen also die gesamte Wirklichkeit lässt sich nicht so einfach nur durch die Empirie durch den Materialismus erfassen und deswegen beschäftigen sich die Menschen mit der Metaphysik sie wollen wissen was ist eigentlich dahinter hinter der wahrnehmbaren Welt das was ich mit meinen Sinnen erfassen kann ist eine Sache aber der Mensch will wissen was sind die letzten Prinzipien was steckt dahinter das so ging es mir auch deswegen habe ich mich auch zum Beispiel mit dem Pendeln beschäftigt kommen wir zu der Frage was ist Metaphysik als Google noch nicht gefiltert war und sie Metaphysik eingegeben haben das ist eine Abfrage von 2010 da gaben über sieben Millionen Einträge zu dem Thema Metaphysik seither ich sag's mal in Anführungsstrichen Google zensiert ist also gefiltert wird kriegen sie nicht mehr so viele sie kriegen also nur noch die relevanten Hinweise aber das Wort Metaphysik lässt sich relativ einfach definieren man möchte hinter die natürliche Beschaffenheit schauen die Ursachen der gesamten Wirklichkeit herausfinden man möchte eigentlich auch die letzten Fragen stellen wie zum Beispiel gibt es einen letzten Sinn warum gibt es überhaupt diese Welt und bis zu der Frage gibt es überhaupt Gott und wenn ja das können wir über Götter was können wir über den Schöpfer über das nicht sichtbare Wissen da beschäftigen sich sehr viele und wenn wir jetzt wieder auf unser Thema der Wünschelrude zurückkommen ist mir wichtig dass wir auf einen Punkt hinweisen wenn ich jetzt hier ein Thermometer auf den Tisch lege was macht das Thermometer es misst die Temperatur des Raums ich lege aber jetzt gleichzeitig eine Wünschelrude hier auf den Tisch was passiert jetzt passiert nichts wann passiert aber was aha wenn jemand da ist ein Mittler der diese Wünschelrude in die Hand nimmt nicht vorher das ist der entscheidende Unterschied und deswegen denke ich können wir das Phänomen der Wünschelrude was ich nicht bestreite wohlgemerkt nicht experimentell mit der Experimentalphysik erfassen denn der Wünschelrudengänger ist die Voraussetzung dafür dass die Wünschelrude ausschlägt bei manchen schlägt sie aus bei manchen nicht es ist also ein Medium wir haben ja vorher gehört es bedarf dazu einer vorzüglichen Ausbildung oft ist es auch so dass die Kraft der Wünschelrude beziehungsweise die Fähigkeit mit der Rute dem Pendel umzugehen auch durch Handführung von einem Rudengänger übertragen wird also durch Handauflegung durch persönlichen Kontakt da gibt es unterschiedliche Praktiken dazu jedenfalls wird hier von einem Medium zum anderen diese Fähigkeit übertragen und sie wissen bis heute beschäftigen sich natürlich auch Hirnforscher mit der Frage was passiert eigentlich in unserem Hirn und ein interessantes Zitat fand ich von Sir John Eccles der Hirnforscher und Nobelpreisträger war er sagt unser menschliches Gehirn funktioniert wie eine Maschine die auch ein Geist bedienen kann ich fand dieses Zitat sehr interessant warum das meinen sie wir gestehen uns eigentlich nicht selber zu dass wir nur eine Maschine sind wir meinen wir sind ja eine Persönlichkeit wir bestimmen uns selber der freie wille wir wir entscheiden alles selber und er sagt nein der das menschliche Gehirn kann auch bedient werden anderes Zitat von Dave Hunt er sagt wenn ich mich in einen veränderten Bewusstseins Zustand begebe und einer Macht die Kontrolle übergebe die ein Spiritist oder Meditationslehrer eine kosmische Kraft nennt oder ein Medium als einen Geist bezeichnet dann hindert nichts diesen neuen Geist mein Gehirn zu steuern und darin Erlebnisse hervorzurufen die mir zwar sehr real vorkommen in Wirklichkeit aber gar nicht stattfinden jetzt die Frage wie funktioniert so ein Mittler wie funktioniert so ein Medium dazu ist wichtig in einen passiven Zustand zu kommen man nennt es auch Alpha Zustand zum Beispiel kann man das durch Meditation erreichen Sie können das auch durch Rauschgift erreichen Sie können das durch Konzentrationsübungen erreichen und wer die Erfahrung vielleicht schon mal gemacht hat der macht auch die Erfahrung dass er Impulse empfängt Impulse die er auch weitergibt und jetzt sind wir natürlich an einer Übergangsschwelle zur Wahrsagekunst einem besonderen Geheimnis umwobenen Menschen als Medium zu benutzen das kennen wir aus der Religionsgeschichte denken Sie jetzt nur mal an das Orakel zu Delphi meinen Sie das hätte nicht funktioniert die Leute sind deswegen hingegangen weil dort was zu erleben war die haben gesagt es funktioniert also stimmt es warum lesen die Leute heute das Horoskop weil sie die Erfahrung machen Moment mal da ist doch vielleicht auch etwas dran und wenn Sie alte Kulturen untersuchen ob es die Babylonier die Meder die Perser die Griechen die Römer sind und auch die Germanen dann stellen Sie immer wieder fest es gab dort Medien also nicht jetzt hier Radio, Fernsehen Internet also der Plural von den Medium Wassersuche mit der Gärte und die Frage ist was passiert jetzt tatsächlich beim Routengehen oder Pendeln wird letztlich keine physikalische Kraft gemessen haben wir ja gesehen lässt sich nicht reproduzieren lässt sich nicht in einem kontrollierten Versuch nachweisen dennoch passieren Dinge warum weil man an das Gerät an den Gegenstand entsprechende Fragen stellt zum Beispiel ist der gesuchte Gegenstand oder eine Krankheit zum Beispiel Wasser oder Krebs vorhanden ja oder nein oder wo beziehungsweise wie tief liegt zum Beispiel der Gegenstand häufig bei den Wünschelroutengängern die sagen so und so tief ist das Wasser oder nicht und genauso werden auch Medikamente ausgewählt ausgewünschelt oder gependelt und so dient das Pendel als Instrument eigentlich zur Wahrsagerei wenn man konsequent das Thema zu Ende denkt also wir bewegen uns jetzt sozusagen in diesem für uns nicht erfassbaren Bereich die Frage ist wie näher ich mich jetzt sozusagen aus meiner experimentellen Ebene in die Geistesebene hinein denn jeder Mensch hat ja Interesse mit dieser Ebene in Kontakt zu kommen er möchte ja wissen was steckt hinter meinen Gedanken und jetzt ist natürlich die Frage wie gehen wir als Christen um die Frage wo kommt Kunst her Musik Gefühle Liebe Information all diese Dinge lassen sich vielleicht physikalisch beschreiben aber in der letzten Instanz oder in der letzten Komplexität nicht erfassen und wenn wir jetzt die Bibel lesen dann mache ich die Erfahrung dass die Bibel sehr wohl diesen Bereich abdeckt den ich mit meiner Vernunft erfassen kann also die Bibel berichtet überwiegend von der Wirklichkeit die wir mit unserer Vernunft auch Natur und Geschichtswissenschaftlich verstehen können aber sie berichtet uns auch von Dingen das sage ich Ihnen ganz ehrlich die verstehe ich nicht zum Beispiel wenn Elisa den Eisenachskopf wieder zum Schwimmen bringt da waren Leute haben einen Baum gefällt im Feld das Eisen von der Axt versinkt im Wasser und Elisa bringt dieses Eisen wieder zum Schwimmen jetzt kann man sagen das stimmt nicht oder es stimmt aber schlussendlich gibt es in der Bibel viele Dinge die wir nicht begreifen können oder denken Sie an die Geschichte als der König Saul nach Endor zu einer Wahrsagerin geht in der Israel eben Israel und Kontakt aufnimmt mit dem bereits verstorbenen Propheten Samuel und der sagt ihm auf dem Kopf am nächsten Tag wirst du sterben und so kam es Berg von Gilboa wir haben glaubhafte Berichte auch aus dem zweiten Weltkrieg wo eine Mutter plötzlich einen riesen Schlag hört plötzlich sieht sie in Kornfeld erschrickt zu Tode hinterher erfährt sie mein Sohn war im Geschütz in einer Auseinandersetzung es gab einen riesen Knall in einem Kornfeld genauso wie sie es gesehen hat am gleichen Tag wie soll ich das erklären es gibt also Phänomene die wir sehr wohl beschreiben können und das Wichtige ist jetzt die passieren einmal die sind auch nicht reproduzierbar das sagen übrigens auch Wünschelroutengänger die nehmen das Ding in die Hand sagen heute geht es nächsten Tag funktioniert es nicht und sie wissen selber nicht warum und deswegen ist für mich auch das Verständnis sehr wichtig was ein Medium ist wir meinen immer wir hätten diese Dinge die hier steuern in der Hand könnten das sozusagen selbst autonom bestimmen ich bin zwischenzeitlich davon überzeugt dass er das Gegenteil der Fall ist ich komme zu unserer fünften Frage die mich auch als Christ besonders interessiert und da habe ich nochmal ein Zitat von den Routengängern hier weil ich die Beobachtung mache dass viele Dinge auch mit der Bibel vermischt werden hier heißt es auch als Mose in der Wüste Zinn mit einem Stab an einen Felsen aus dem dann Wasserfloss geklopft hat konnte dies eine Wünschelrute eine sogenannte Stabrute gewesen sein in der Bibel heißt es dann war Moses wie ihm geboten war den Stab der vor dem Herrn lag also die Bibel wird an dieser Stelle so ausgelegt dass Mose eine Wünschelrute hatte oder ein altes Gebet aus dem Jahr 1521 Ich bitte dich du großer Adonai Elohim du Ariel und Jehova diesem Stab die Kraft und die Tugend derjenigen von Jakob Moses und dem großen Joshua zu verleihen Sie sehen hier wird etwas vermischt man nimmt biblischen Boden und gebraucht es dann sozusagen man instrumentalisiert es dann für die Wünschelrute und deswegen hat auch Luther sehr scharf reagiert als er seine zehn Gebote ausgelegt hat und unter den Verstößen gegen das erste Gebot auch die Praktiken auch die Suche mit der Rute der Weissagung klar entsprechend hier erwähnt hat und abgelehnt hat und jetzt ist natürlich wichtig dass wir die Bibel an der Stelle im Zusammenhang lesen um herauszufinden was hat es denn mit dem Stab Mose auf sich ich hoffe Sie sind noch nicht eingeschlafen bleiben noch dabei wenn es jetzt zur Bibel Arbeit geht und Mose so heißt es in Exodus 4 1-5 antwortete und sprach aber siehe sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören sondern sagen der Herr ist dir nicht erschienen da sprach der Herr zu ihm was hast du in deiner Hand er antwortete einen Stab da sprach er wirf ihn auf die Erde und er warf ihn auf die Erde da wurde er zu einer Schlange und Mose floh vor ihr aber der Herr sprach zu Mose strecke deine Hand aus und ergreife sie beim Schwanz streckte er seine Hand aus und ergriff sie und sie wurde zum Stab in seiner Hand darum werden sie glauben dass der Herr dir erschienen ist der Gott ihrer Väter der Gott Abrahams der Gott Israels und der Gott Jakobs Mose hatte also Sorge dass das Volk nicht glauben würde dass ihm der lebendige Gott der Gott Israels erschienen sei und für die Glaubwürdigkeit gab jetzt Gott der Herr einen Hürdenstab er sollte als Hürde dieses Volk führen und als einst von drei Zeichen um Mose als Sprecher und Führer auszuweisen darum werden sie glauben dass der Herr die erschienen ist Gott sorgte also vor ganz gleich vor welchen Situation Mose Angst hatte Gott fehlte es nicht an Mitteln Mose als seinen Mann klar auszuweisen lesen seinen Stab vor den Pharao und vor seine Knechte hin und er wurde zur Schlange da rief der Pharao die Weisen und Zauberkundigen und auch die ägyptischen Zauberer taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten Experimental Physik versagt auch an dieser Stelle und jeder warf seinen Stab hin und es wurden Schlangen daraus aber Aaron Stab verschlang ihre Stäbe es heißt also dass Magier und Zauberer und das habe ich ja vorher schon gesagt in der pantheistischen Religion Ägyptens eine bedeutende Rolle gespielt haben und auch antike Dokumente belegen das zum Beispiel die Schlangenbeschwörung als häufige Praxis die Zauberer bekamen ihre übernatürliche Macht aus dämonischen Quellen und mittels geheimer Künste man könnte auch sagen Hexerei demonstrierten jetzt die Weisen die Zauberer oder Magier ihre Fähigkeit um dasselbe zu verbringen aber das entscheidende jetzt auf dieser Ebene wo Gott sich jetzt eingelassen hat mit Mose und Aaron war das entscheidende nämlich dass in dem Aaron starb die anderen Stäbe verschlangen bewies Jahwe der ewige Gott der Herr dass der Gott Israels der allmächtige Schöpfer ist er ist der stärkere in diesem Schauspiel magische Praktiken also zur Zeit des Alten Testaments finden sie wenn sie aufmerksam die Bibel lesen an vielen Stellen Israel stand also in der Gefahr aus Ägypten diese Bräuche mit nach Kanan zu nehmen auch dort waren ja Völker mit entsprechenden Bräuchen und magischen Praktiken und praktizierten auch entsprechend Wahrsagerei und deswegen hat Gott auch sich sehr deutlich dazu geäußert zum Beispiel in Hosea 4 Vers 12 wo es heißt mein Volk befragt sein Holz und sein Stab gibt ihm Auskunft denn der Geist der Hurerei hat es irre geführt und sie Huren von ihrem Gott weg 1. Mose 18 9 bis 11 wo es heißt wenn du in das Land kommst das dir der Herr dein Gott geben wird so sollst du nicht lernen die Gräuel dieser Völker zu tun niemand aus dem Volk darf seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lassen Wahrsagerei Geheime Künste oder Zauberei treiben andere mit einem Bann belegen als Medium auftreten und Geister beschwören Zeichen und Omen deuten oder die Toten befragen anderes Zitat die Fortsetzung denn wer das tut der ist dem Herrn ein Gräuel und um solcher Gräuel Willen vertreibt der Herr dein Gott die Völker vor dir du aber sollst dich ungeteilt an dem Herrn deinen Gott halten denn diese Völker deren Land du einnehmen wirst hören auf Zeichendeuter und Wahrsage dir aber hat der Herr dein Gott so etwas verwehrt also Israel hatte bereits abergläubische götzendienerische Praktiken übernommen nicht ohne Grund haben sie am Berg Sinai dann das Kalb gebaut das goldene Kalb und gesagt das ist jetzt unser Gott und unser natürliches gefallenes Wesen hat keinen Zugang zu Gottes Wirklichkeit und auch keinen Durchblick für die Geschehnisse hinter dem Vorhang Wir haben keinen Blick in diese unsichtbare Welt und stattdessen sind wir natürlicherweise offen für alle Verführungen des Teufels Nur Gottes Geist und sein Wort helfen uns jetzt die Wahrheit zu finden und deswegen aus diesem Grund gibt auch Gott die zehn Gebote Lesen wir nochmal das erste Gebot Ich bin der Herr dein Gott der dich aus Ägypten Land aus der Knechtschaft geführt hat nicht nur die äußerliche sondern auch diese geistige geistliche Knechtschaft Du sollst keine anderen Götter haben neben mir Das ist der Hintergrund Das zweite Gebot hängt eng damit zusammen Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen weder von dem was oben im Himmel noch von unter der Erde ist bete sie nicht an und diene ihnen nicht denn ich der Herr dein Gott bin ein eifernder Gott der die Missetat der Väter Heimsucht bis ins dritte und vierte Glied oder Generation an den Kindern derer die mich hassen aber Barmherzigkeit erweist an vielen tausenden die mich lieben und meine Gebote halten anderes Zitat aus Sprüche 28 wer seinen Verbrechen zudeckt wird keinen Erfolg haben wer sie aber bekennt und lässt wird Erbarmen finden wenn wir sagen so sagt es Johannes seinem ersten Brief wenn wir sagen wir haben keine Sünde so betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit wenn wir aber unsere Sünden bekennen so ist Gott treu und gerecht dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit und deswegen ist für uns Christen auch ganz wichtig dass uns das Blut Jesu reinigt von jeder Sünde und deswegen war es auch für mich wichtig als ich Jesus Christus in mein Leben eingeladen habe auch ganz konkret diese esoterischen Praktiken unter anderem eben auch das Pendeln als Sünde zu bekennen ich möchte deswegen auch noch mal ganz deutlich erklären wie man Christ wird nämlich durch eine Bekehrung durch eine Umkehr zunächst mal hört man auf Gottes Wort hört das was er sagt und jetzt sind wir herausgefordert wenn wir Gottes Wort hören darauf zu reagieren durch Vertrauen durch Glauben und es dann auch zu tun Bekehrung bedeutet also ich ändere jetzt meine bisherige Richtung ich hatte bisher dieses Ziel und kehre mich ab und verfolge ein anderes Ziel ich möchte das symbolisieren durch diesen Krug das soll unser Leben darstellen der natürliche Mensch von Natur aus geboren ist offen für alles was von unten kommt aber damit ist er auch verschlossen für das was von oben kommt von Gott her und wenn ich jetzt nicht die Richtung ändere dann bleibe ich nach wie vor offen also ich musste meinen Kindern beispielsweise nicht beibringen zu lügen oder aufeinander loszugehen nicht dass sie meinen wir hätten jetzt zu Hause so einen Lebensstil geführt meine Frau und ich die konnten das von klein auf der Mensch der Mensch also von Natur aus offen für das was vom Teufel von unten her kommt wenn aber der Mensch bereit ist auf Gott zu hören umzukehren und zu sagen ja ich habe mich gegen den allmächtigen schöpfer aufgelehnt dann passiert etwas in meinem Leben ich ändere die Zielrichtung und jetzt bin ich für das offen was von Gott kommt von oben der bekehrte Mensch versteht also jetzt was die Bibel sagt so ging mir das auch also ich wusste einiges aus der Bibel aber habe jetzt verstanden als bekehrter Mensch durch den Heiligen Geist was Gottes Wort eigentlich bedeutet und deswegen möchte ich Sie auch einladen wenn Sie diese Entscheidung noch nicht getroffen haben diese Entscheidung auch heute Abend persönlich für Ihr Leben zu treffen das heißt Sie können das ganz einfach tun mit einem Gebet indem Sie sagen ja wir fallen hier Sünden ein lasst es mal die zehn Gebote in ihrem geistigen Auge vorüber ziehen und sagen ja genau da an der Stelle da liegt was vor ich bekenne das Gott ich nehme die Vergebung durch den Kreuzestod von Jesus Christus an weil er genau am Kreuz für meine Schuld bezahlt und dann unterstelle ich mich mit Geist Seele und Leib auch Gottes Herrschaft und das hat natürlich zur Folge dass ich mit dem was ich bisher getan habe anders umgehe als bisher ich erkenne die Sünde ich bekenne sie ich lasse sie ich lasse sie und ich übe ein Leben als Christ ein indem ich Gottes Wort lese bete das Abendmahl besuche Gemeinschaft mit anderen Christen habe und genau das lesen wir auch wenn sie jetzt aufmerksam zum Beispiel im Neuen Testament lesen gerade die Apostel Geschichte ist voll von solchen Bekehrungs Geschichten eine finde ich sehr interessant nämlich die aus Ephesus dort heißt es in der Apostel Geschichte es kamen auch viele von denen die in Ephesus gläubig geworden waren und bekannten und verkündigten was sie getan hatten viele aber die Zauberei getrieben hatten brachten die Bücher zusammen verbrannt sie öffentlich und berechneten was sie wert waren und kam auf 50.000 Silbergroschen interessant jetzt so bereitete sich das Wort aus durch die Kraft des Herrn und wurde mächtig wir reden immer wieder über Erweckung und wie kommen Menschen zum Glauben ich denke Erweckung passiert in den Gemeinden selber wenn sie ganz konsequent Jesus nachfolgen und auch mit Dingen aufräumen die noch vielleicht irgendwo als Leichen im Keller schlummern was sagt die Bibel zu unserer gegenwärtigen Zeit zu unserer jetzigen Zeit zu unserem Zeitalter Zerfall von christlichen Werten denn die Menschen werden viel von sich selber halten sie haben den Schein der Frömmigkeit aber deren Kraft verleugnen sie oder eine andere Stelle denn diese Leute sind falsche Apostel betrügerische Arbeiter und verstellen sich als Apostel von Christus und das ist auch kein Wunder denn selbst der Satan verstellt sich als Engel des Lichts und so ist es nicht erstaunlich wenn seine Diener es ihm nachmachen und sich als Diener Gottes tarnen am Ende werden sie für alle ihre bösen Taten die verdiente Strafe erhalten so Paulus an die Korinther neben dem Zerfall von christlichen Werten gibt es auch Verführung und das hängt eben auch mit unserem Thema heute Abend zusammen wo es heißt in Kolosser 2 Vers 8 seht zu dass euch niemand einfange durch spekulative Weltanschauungen und leeren Betrug gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus oder eine andere Stelle Kinder lasst euch von niemanden verführen wer handelt wie es dem Willen Gottes entspricht ist gerecht wie Christus gerecht ist wer in der Sünde lebt ist vom Teufel denn der Sünde liegt von Anfang an doch dazu ist der Sohn Gottes erschienen dass er die Werke des Teufels zerstöre und noch eine weitere Stelle die ich sehr wichtig finde aus Kolosserbrief er Jesus Christus hat den Schuldbrief getilgt der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet er er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumphzug aus ihnen gemacht in Christus das was wir vorher gelesen haben als Mose und Aaron vor dem Pharao stand auch das haben wir hier neutestamentlich wieder wir haben in Christus tatsächlich den Sieger über diese Mächten und Gewalten die eben in diesen unsichtbaren Räumen herrschen und deswegen ist es mir persönlich auch wichtig bei diesen Fragen mich immer wieder auch an Jesus Christus zu wenden mein Fazit das ich daraus ziehe bei diesem fünften Punkt was sagt die Bibel zu dem Thema Wünschelrute Wünschelrutengänger Erdstrahlen Wasseradern und so weiter sogenannte mit der Wünschelrute geortete Erdstrahlen können durch naturwissenschaftliche Experimente nicht nachgewiesen werden jedoch gibt es aus metaphysischer Sicht durchaus übernatürliche Phänomene die bei Wünschelrutengängern beobachtbar sind ich rede das also nicht weg diese Phänomene auftretende parawissenschaftliche Phänomene können nicht naturwissenschaftlich erfasst und untersucht werden diese metaphysischen Phänomene haben jedoch Wirkungen der Umgang mit der Wünschelrute dient als Einstiegsluke in die schillernde Welt der Esoterik die Einfluss Macht und Wirkung verspricht das ist das was den Menschen dorthin zieht so ging es mir selber auch ich hatte bei mir selber auch hellseherische Fähigkeiten plötzlich entdeckt wo ich nicht wusste wo die herkommen aber mit mit der Beschäftigung von esoterischen Praktiken macht jeder je nachdem wie tiefer dort einsteigt solche übernatürliche Erfahrungen die können wir nicht experimentell nachweisen passieren aber mit der Bibel als Maßstab können wir erkennen dass Wünschelruten Gänger von Geist Wesen als Medien gesteuert werden können und vor solchen magischen Praktiken warnt die Bibel und die Fähigkeit zum Wünschelruten Gehen ist damit nicht als eine Gabe Gottes anzusehen auch Christen kamen auf mich zu und haben ernsthaft diese Frage gestellt könnte das denn nicht eine Gabe Gottes sein daher rate ich vom Umgang mit der Wünschelrute dringend ab und suche eben als Geologe konventionell nach Wasser wenn es um diese Frage geht und damit sind wir bei unserer sechsten und letzten Frage wie können wir Wasser finden da will ich jetzt auch einige Dinge zu geologischen Erkundungen sagen vielleicht wissen sie dass nur 29 Prozent der Erdoberfläche Landflächen sind 71 Prozent sind mit Wasser bedeckt aber das Problem ist wissen sie alle die Niederschläge sind nicht gleichmäßig verteilt des einen Freude des anderen Leid in beiden Richtungen und vor allem das verfügbare Süßwasser gibt es nur in Form von Eis Fluss oder Grundwasser auch das ist ungleichmäßig verteilt nicht nur die Niederschläge und wenn wir jetzt schauen wie viel Wasser eigentlich für uns als Trinkwasser zur Verfügung stehen dann sind wir eigentlich erstaunt dass es nur ein Prozent des gesamten Wassers ist was wir als flüssiges Süßwasser und damit grundsätzlich als Trinkwasser verwenden können überwiegend haben wir Salzwasser übrigens in Israel ist die Nutzung des Wassers weltweit führend wir haben Entsalzungsanlagen die also sehr modern und sehr effizient arbeiten aber betrachten wir das jetzt mal von den natürlichen Ressourcen ohne dass der Mensch Maschinen benutzt zum zum Beispiel Salzwasser zu entsalzen haben wir ein Prozent des gesamten Wassers was uns als Trinkwasser zur Verfügung stellen würde alles Wasser jetzt als Bild gesprochen der Erde in eine einzige Badewanne passen wäre etwas weniger als ein Liter davon verfügbare Süßwasser nur dass man ein bisschen ein Verhältnis hat und wenn wir jetzt als Geologen ins Gelände gehen halte ich für das aller wichtigste dass wir eine saubere Kartierung machen das heißt wir nehmen die geologischen Schichten auf wie sie uns im Aufschluss oder bei der Kartierung entgegen kommen hier sehen sie jetzt einen geologisch hydrologischen Schnitt beim Ruhestein Sie kennen den Ruhestein zwischen Bayer Bronn der Horn ist Grinde dort lagert sozusagen über dem kristallinen Grundgebirge der Buntsandstein in mehreren Schichten übereinander und jetzt ist auffällig dass auf der Ostseite verschiedene Schichtquellen zutage treten diese Schichtquellen haben ihren Ursprung an einer Stelle wo ein Grundwasserleiter auf einem Grundwasser Stauer stößt und wenn jetzt also hier in diesem porösen Sandstein Wasser gespeichert wird durch die Niederschläge bilden sich also Grundwasser Horizonte Grundwasser Leiter an Grundwasser Stauer aber an der Ostseite finden wir interessanterweise sogenannte Überlauf Quellen also auf der Westseite und deswegen wenn das also sehr viel geregnet hat dann sammelt sich hier so ein Grundwasserkörper und Sie sehen jetzt aus dieser Grafik dass wenn also genügend Niederschlag hier gespeichert wird in diesen Sandstein abfolgen an dieser Stelle zeitweise das Wasser austritt hier hier in aller Regel weil die Neigung hier von West nach Ost verläuft das Wasser natürlich wie wir auch bequem ist immer den Weg des geringsten Widerstandes nach unten fließt und an dieser Stelle austritt und Sie sehen bei diesem Bild auch sehr schön mehrere Grundwasser Stockwerke die es auch übereinander gibt aber das Wasser ist an dieser Stelle flächig verteilt und so verstehen Sie auch dass hier sogar an einem Hang mehrere Quellen übereinander sogar zutage treten es gibt auch moderne Methoden Geoelektromagnetik möchte ich das mal nennen die Bundesanstalt für Geologie und Rohstoffe hilft auch in Afrika mit Hilfe der elektrischen Leitfähigkeit des Erduntergrundes eine Messreihe durchzuführen um solche Wasserkörper leitende Körper sozusagen zu finden an diesem Hubschrauber wird an einem langen Seil ein großes Messinstrument hinterher geschleppt und dieses sendet entsprechend elektrische Energie ab generiert erdmagnetische Felder die reagieren mit der Leitungsfähigkeit des Untergrundes und so kann man entscheiden an welcher Stelle man entsprechende Bohrungen niederbringt oder Brunnen gräbt eine effiziente Methode und dann sind natürlich diese ganzen Grundwasserressourcen auch abhängig von der Versickerung von den Entnahmemengen von den gespeicherten Wassermengen darüber arbeiten dann die ganzen Landesämter die sich mit dieser Grundwasserneubildung auseinandersetzen das ist in Deutschland sehr stark reglementiert und auch entsprechend kontrolliert deswegen haben wir auch weltweit sicher mit das beste Wasser als Trinkwasser zur Verfügung wo wir auch sehr dankbar sein können ich fasse zusammen die Wünschelrute haben wir gesehen ist kein Messinstrument sie funktioniert nur mit dem Medium Mensch dem Wünschelruten Gänger der sich bewusst oder unbewusst unbekannten Kräften aussetzt die Trefferquote der Wünschelrute ist nicht höher als der Zufall deswegen ist auch diese Erfolgsprämie noch nicht abgeholt worden weil diese Doppelblindstudien wie sie durchgeführt wurden im Experiment eben zu diesem Ergebnis geführt haben der Einsatz der Wünschelrute ist nicht wertneutral sondern bedingt langfristig unerwünschte Nebenwirkungen Gott verbietet in seinem Wort ausdrücklich den Umgang mit der übersinnlichen Welt weil Gott als der Schöpfer den Überblick hat wenn wir uns darauf einlassen auch durch fremde Geister gesteuert werden zu können Gottes Gebote wollen uns vor dem Zugriff dieser Mächte speziell des Teufels auch bewahren und deswegen ist auch für uns Christen Jesus Christus ganz zentral und wir können durch eine Bekehrung eine Neugeburt auch eine ganz persönliche Beziehung zu Jesus Christus leben und erfahren und auch einen persönlichen Neuanfang machen und stehen andere weltanschaulich neutrale Möglichkeiten offen auch ohne geheime Künste Wasser zu finden wenn Sie das ganze Thema noch ein bisschen vertiefen wollen können Sie gerne hier auf dem Büchertisch sich umschauen dieses Buch von Brembati und und wenn ich abschließend noch vielleicht einen persönlichen Wunsch an Sie richten darf dann möchte ich das mit dem Bibelzitat aus Kolosser 2 Vers 8 nochmals tun wo es heißt lasst euch nicht durch spekulative Weltanschauung und leeren Betrug einfangen gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus und speziell für den heutigen Tag fand ich sehr interessant den Losungstext wo es heißt dem Herrn eurem Gott sollt ihr dienen so wird er dein Brot und dein Wasser segnen war für mich auch persönlich eine große Ermutigung als ich diesen Losungsvers gelesen habe vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und von